ja hallo leute herzlich willkommen heute geht es um ein real steel messer und zwar um das h6 blue sheep in coyote g10 griffschalen und einer stonewash klinge dieses messer wurde hier ja ausgiebig vorgestellt zum beispiel von dennis von fervor forest films da sind wir schon beim thema ich habe das nämlich von ihm ja als kleines dankeschön durfte ich mir das aussuchen aus seiner hey billy giveaway kiste und zwar ja ich habe ihn so ein zwei jingles aufgenommen fürs intro also hier für youtube film intro und da durfte ich mir aussuchen und meine wahl viel auf das real steel h6 blue sheep auf diesem wege wollte ich noch mal sagen vielen dank dafür wie immer dabei inflationär mittlerweile hier scharfes zeug ich wollte es mir selber mal besorgen aber irgendwie ist das nicht bekommend war irgendwie ist es ausverkauft und da war noch so freundlich hat er mir noch so ein tütchen reingepackt und ich werde das mal verwenden und ich bin mal gespannt wie scharf das zeug wirklich ist aber nun gut kommen wir mal jetzt zum wesentlichen zum messer ich habe das heute schon mal mit gehabt ich muss sagen es ist fantastisch es ist es hat ordentlich gewicht was der sache jetzt aber keinen abbruch tut es ist ordentlich schwer aber nicht unangenehm zum beispiel wie das back 110 das messer mag ich unheimlich gerne allerdings diese über 200 gramm das ist schon in der jeans tasche wenn sich das dann noch unten so ohne clip runtersetzt unangenehm was ist bei dem hier anders wie glaube ich so 160 hat hier den clip trägt man an einer jeans fällt nicht auf also trägt sich hervorragend hatten stahl hier 14 c 28 n stahl sehr scharf das messer wunderbar hier so leichten finger joy hier kann man nach vor greifen hier sind jimping daumenrampe daumenpins etwas überdimensioniert wie ich finde aber nun gut so ist das design und der liner lock rastet sauber ein also wunderbar hier lanyardbuchse richtig schön edelstahl fette stahl platin verbaut pocket clip wird auch gehalten durch zwei schlittschrauben wie alles hier bei dem messer was auch super ist wegen reinigen und das werkzeug hat man dabei im victorinox oder so da ist das ja standardmäßig verbaut und die klinge wunderbar hat ja ein also auf mich einen sehr positiven eindruck also ich mag das messer heute erhalten und schon ein super teil also ne also so vom gebrauchen her schön was mit geschnitten und so das handling macht einfach spaß und der hier dieser backspacer der gibt doch mal ordentlich hier also es ist nicht rutschig so wobei das g10 wirklich sehr glatt ist also es hat eine unheimlich glatte struktur aber es hat es gibt trotzdem relativ guten halt auch durch den backspacer wie gesagt ich weiß nicht wie es mit nassen händen ist kann ich nicht sagen habe ich noch nicht nass gemacht also sprich aus wird auch nochmal kommen aber ich denke mal es dürfte kein problem sein pocket clip hier umsitzbar von tip up tip down und daumen pin abnehmbar und wie ich finde ein wirklich tolles messer ok nochmal auf schleudern hier wunderbar perfekt verarbeitet also super ok das war das real steel h6 blue sheep ich bedanke mich ganz herzlich fürs zusehen bis zum nächsten mal und tschüss